Ich denke, das bedeutet erst einmal, dass die Polizei gut gearbeitet hat. Die Soko Cardio hat ja über drei Jahre lang den Fall Högl akribisch aufgearbeitet. Es ist allen Fällen, allen Hinweisen nachgegangen, haben zahllose Leichen exhumiert und untersucht, toxikologisch untersuchen lassen. Und fast alles, was ich in den Ermittlungsergebnissen fand am Ende, findet sich jetzt auch in der Anklage wieder als Mordfall. Das bedeutet erstmal darauf hin, dass die Polizei da wirklich saubere Arbeit geleistet hat. Ich glaube, bis auf drei Fälle, da konnte nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass möglicherweise die Medikamente, die man in Leichen gefunden hat, doch Teil der ärztlichen Behandlung gewesen sind. Zugleich bedeutet das, dass es jetzt, diese Mordanklage ist eigentlich ein erster Schritt, dahin diesen unfassbaren Fall irgendwann auch mal abzuschließen. Wir haben jetzt, wie gerade schon gesagt, über Jahre lang Ermittlungen gehabt, immer neue Ergebnisse bekommen, immer neue schreckliche Nachrichten gehört. Jetzt ist die Anklage da, der nächste Schritt ist dann ein erneuter Prozess gegen Nils Högl. Und da wird am Ende dann auch eine Verurteilung stehen. Und ich glaube, dann wird irgendwann auch mal einmal Ruhe einkehren. Dieser Fall beschäftigt uns und die Region jetzt ja mittlerweile schon seit vielen Jahren. Högl sitzt bereits im Gefängnis, zu lebenslanger Haft verurteilt. Mehr geht im deutschen Strafrecht nicht. Das heißt also, das wird sich am Strafmaß, wird sich nichts mehr ändern, das wird so bleiben. Ich glaube aber, das ist auch eigentlich die falsche Frage. Also es geht gar nicht so sehr um den Täter dabei jetzt, es geht vielmehr um die Angehörigen. Also da haben mehrere hundert Menschen, möglicherweise weit mehr als hundert Menschen, haben ihr Leben verloren durch das Wirken von Nils Högl. Und jetzt geht es darum, diese Fälle juristisch aufzuarbeiten, Antworten zu geben. Das hat die Soko Kadio zum Teil schon gemacht. Zum anderen aber auch jetzt nochmal dann auch gerichtlich Antworten zu finden, dass sich der Täter da verantworten muss. Dass man da irgendwie irgendwann auch einen Abschluss finden kann. Und da mit einem Urteil dann auch diese Aktendeckel alle auch zuklappen kann. Ich glaube vor allen Dingen aber, was man nicht vergessen darf, wenn man davon spricht, dass es gar nicht so sehr um den Täter geht dabei, sondern vielmehr um die Opfer, um die Angehörigen der Opfer, dass man hinter jeder dieser Zahlen, also wir haben ja unfassbare Zahlen, mittlerweile reden wir von 97 Mordanklagen, sechs Fälle gab es vorher schon, für die Högl verurteilt worden ist, das sind 103. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen es nie geklärt werden kann, ob da ein Mensch vielleicht auch Opfer von Nils Högl geworden ist. Es sind ja sehr viele Leichen damals auch verbrannt worden, also Feuer bestattet worden, statt Erd bestattet. Da war kein Nachweis mehr möglich. Das heißt, wir werden nie wissen, was da passiert ist. Und man darf nicht vergessen, dass hinter jedem dieser Fälle ein Mensch steht. Eine Familie, Leute, die jemanden verloren haben, die getrauert haben, die lange nach Antworten gesucht haben. Ich kann ein Beispiel erzählen. Ich habe vor einiger Zeit mal die Geschichte geschrieben einer Frau, die auf mich zukam. Die hatte ihren Mann, der war in einem Taxistand als Taxifahrer mit Mitte 40 zusammengebrochen, ist ins Krankenhaus gekommen und ist wenig später dann gestorben. Aus für die Familie nicht nachvollziehbaren Gründen. So richtig zumindest, nicht nachvollziehbar. Trotzdem, diese Familie, diese Frau mit zwei kleinen Kindern, die haben sich dem irgendwie gefügt, die haben ins Leben gefunden. Die Kinder sind gewachsen, sind größer geworden. Das Leben ging irgendwie weiter für die Familie. Dann steht plötzlich, zehn Jahre später, ich glaube der Fall, das war 2004, 2015, steht dann irgendwann plötzlich ein Polizist vor der Tür und sagt, ich bin von der Soko Cardio. Und ihr Mann ist vermutlich ein Mordopfer, ist vermutlich nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern ist ermordet worden von Nils Högl. Und ich weiß, ich habe in vielen Gesprächen mit dieser Frau dann gemerkt, was das eigentlich mit Menschen macht. Also in dem Fall war es wirklich so, das ganze Leben wurde auf den Kopf gestellt plötzlich. Eine totale Ratlosigkeit setzte ein, Ängste, Verzweiflung, Selbstvorwürfe. Ich habe meinen Mann ja ins Krankenhaus gebracht. Was war eigentlich? Ich bin dann irgendwann von seinem Bett wieder abgerückt. Ich bin weggefahren nach Hause, um was zu essen, um zu schlafen und so etwas. In der Nacht ist er dann gestorben. Also solche Fragen kommen dann ja auf. Und ich weiß von dieser Frau, die ist wirklich krank darüber geworden. Die arbeitet mittlerweile nicht mehr, die wartet auf Ergebnisse. In diesem Fall kommt Tragisch dazu, die hat das Ergebnis bis heute nicht, weil der Mann in der Türkei beerdigt worden ist. Da liegen die Untersuchungsergebnisse nicht vor. Es ist insofern also ein Sonderfall. Trotzdem steht er für mich exemplarisch für das, was die Familien alle mitgemacht haben. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Darum geht es auch vor Gericht. Dass diese Leute da Antworten bekommen und irgendwie auch das Gefühl haben, dieses Ihr Fall, Ihr Schicksal spielt eine Rolle und dafür muss sich ein Täter auch verantworten dann. Wenn wir das so beantworten könnten, dann wird es solche Fälle vielleicht gar nicht geben. Es ist mir nicht möglich, mich da reinzudenken. Also es gibt da ganz viele, es ist ja auch, Nils Högl stand ja schon zweimal vor Gericht, da ist ja auch vieles auch psychologisch aufgearbeitet worden. Also er hat sicherlich viele Probleme gehabt. Da ist von Angststörungen die Rede. Er hat auch zeitweise viel Alkohol, Medikamente konsumiert. Das alles ist keine Erklärung dafür, was da passiert ist. Was man heute weiß, irgendwie hat das bei ihm dazu geführt, dass er offensichtlich einen ganz starken Drang hatte, irgendwo Kollegen zu beeindrucken, wahrgenommen zu werden als jemand, der etwas kann, der besondere Fähigkeiten hat, der als Retter wahrgenommen werden wird. Deswegen hat er Menschen in eine Situation gebracht, in dem er ihnen Medikamente spritzte, die zu Herzflimmern, zu Herzversagen, zu Blutdruckabfall geführt haben, die dann in eine lebensbedrohliche Situation kamen, die er dann wiederbeleben konnte. Manchmal hat es funktioniert, vorübergehend, sehr oft nicht, wie wir wissen. Und er konnte sich dann als Retter, als Helfer irgendwo darstellen. Zumindest in einem Fall, das hat man schon beim letzten Prozess gehört, hat er auch mal zwei Lernschwestern dazu geholt, um zu demonstrieren. Guck mal, so geht das, das kann ich. Auch eine Rolle gespielt haben soll Langeweile, so steht es jetzt auch in der Anklageschrift. Langeweile war vielleicht eher in Delmhorst, hieß es dann teilweise. Oldenburg war auch ein bisschen Überforderung im Spiel, da hat er ja seinen ersten Mord begangen damals. Ganz genau, weiß es nicht. Ein Motiv, was häufiger genannt wurde, war, dass Högl, dem man diverse Angststörungen so nachgesagt hat, Angst vor dem Tod auch hatte. Vielleicht, der Satz fiel mal irgendwo, war das eine Idee, kann ich die Angst vor dem Tod besiegen, wenn ich den Tod besiege, indem ich Menschen da reanimiere? Wir wissen es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, richtig Antworten kann man darauf nicht geben. Es ist immer schwierig, solche Vergleiche anzustellen. Ich glaube auch nicht, dass es da willig verlässliche Statistiken gibt. Es gibt ja ganz viele schlimme Fälle. Ich wüsste aber von keinem vergleichbaren Fall in der Bundesrepublik Deutschland. Also in der Nachkriegszeit wüsste ich nicht, dass es eine auch nur annähernd vergleichbare Mordserie gegeben hat. Also diese Zahlen, über 100 Fälle sind es dann jetzt ja, die nachweisbar sind. Das ist schon unfassbar und ich glaube auch einmalig. Ja, ich denke, die Anklage ist jetzt erhoben. Das Landgericht wird das jetzt prüfen und ich glaube nicht, dass es einen Zweifel gibt, dass es da auch zum Prozess kommen wird. Dann wird Högl ein weiteres Mal vor Gericht gestellt. Man muss ja wissen, der ist das erste Mal, nachdem er damals auf frischer Tat ertappt worden ist, 2005, 2006 vor Gericht gestellt worden. Dann ging der Fall nochmal zurück. 2008 ist ein Urteil gesprochen worden. Da ging es um ein Fall, Mordversuch. Dann gab es 2014 den nächsten Prozess. Da ging es um fünf Fälle insgesamt. Da ist er dann schuldig gesprochen worden und zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden. Jetzt wird es dann diesen nächsten Prozess geben. Da wird es dann vermutlich um 97 Fälle gehen. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er da verurteilt wird, dass es wieder lebenslange Haftstrafe gibt. Wenn man mit Experten spricht, das sagt keiner offiziell eigentlich, aber kann man eigentlich davon ausgehen, dass die aus dem Gefängnis nicht wieder rauskommen wird. Dieser Prozess soll noch, das habe ich heute vom Landgericht gehört, der soll noch 2018 beginnen. Wann jetzt genau, das kann natürlich zu diesem Zeitpunkt noch keiner sagen. Darüber hinaus wird es dann auch noch geben, möglicherweise zumindest, Prozesse gegen ehemalige Kollegen von Högl. Es ist ja Teil dieser ganzen großen Geschichte, auch die Frage zu stellen, hätte das eigentlich nicht jemand merken müssen? Hätte man auch vielleicht sogar Morde verhindern können? Es gibt Leute, die sind ganz klar der Meinung, dass man das hätte können. Zum Beispiel der Polizeipräsident Oldenburgs, Johann Kümer, hat das wiederholt gesagt, wenn in Oldenburg anders reagiert worden wäre, am Klinikum wäre Nils Högl nicht nach Delmhorst gekommen. Und da wären zumindest die Morde, was sind das jetzt, die wir da haben, 62 glaube ich jetzt aktuell, die hätten nicht passieren müssen. Und es gibt ja auch klare Hinweise, die sind auch in den Gerichtsverfahren immer wieder zur Sprache gekommen, dass Mitarbeiter ein ungutes Gefühl hatten, dass Mitarbeiter versucht haben, auch irgendwo darauf hinzuwirken und sagen, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Aufgrund dieses ungutes Gefühl ist er ja auch entlassen worden in Oldenburg. Also hat man sich von ihm getrennt, sodass er nach Delmhorst kommen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist geprüft worden, hat es da Versäumnis gegeben und man hat auch Anklage erhoben, in dem Fall gegen Mitarbeiter des Klinikums Delmhorst. Der Vorwurf ist Totschlag durch Unterlassung. Da wird es möglicherweise noch zu einem Prozess kommen, vielleicht auch in diesem Jahr, vermutlich nach dem Högl-Prozess dann irgendwann. Es wird noch ermittelt, auch gegen Mitarbeiter und Verantwortliche aus dem Klinikum Oldenburg. Da geht es ja zum Beispiel um die Frage, warum schreibt man so jemanden, dem man nicht traut, ein gutes Zeugnis, mit dem man sich weiterbewerben kann. Die Ermittlungen laufen noch, das wissen wir nicht. Aber ich denke, wenn das alles abgeschlossen ist, der Prozess gegen Högl und dann vielleicht auch mögliche Prozesse gegen ehemalige Högl-Kollegen, dann wird auch endlich Ruhe einkehren und irgendwann wird uns dieser Fall auch wieder hier auch wieder ruhig schlafen lassen.